Nachdem der Boeing-Chef Muhlenberg in den letzten zwei Tagen Fragen vor dem US-Kongress beantworten musste, schauen wir uns heute mal etwas ausführlicher das Flugzeug an, das man bereits vor der 737 MAX bei Boeing mehr oder weniger erfolgreich mit einem Maneuvering Characteristics Augmentation System, also mit einem MCAS, ausgestattet hat. Mitbekommen habt ihr das wahrscheinlich alle, das ging auch ziemlich groß durch die Medien, Boeing baut zum aktuellen Zeitpunkt die militärische Tanker-Version, der 767, mit dieser Software. Und liefert diese Flugzeuge jetzt so auch an die US Air Force aus. Tja, was das genau für ein Flugzeug ist und wie das MCAS dort eingebaut und implementiert ist, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Tja, nochmal ganz kurzes Wort zu dieser Kongressanhörung. Vorgestern und gestern musste sich der Boeing-Chef Dennis Müllenberg zusammen mit seinem Chef-Ingenieur John Hamilton dahin setzen und entsprechende Fragen beantworten. Zu sich selbst, zum MCAS, zu 737 MAX und auch zu seinem Amt, was er nicht niederlegen wird. Diese Kongressanhörungen sind ja gerne mal bekannt dafür, dass einige Fragesteller mit überschaubarer Kompetenz und fehlender Sachkunde etwas unangenehme Fragen stellen und dann versuchen, die Angehörten auflaufen zu lassen, was dann oft in die Hose geht. Aber tatsächlich muss man sagen, dass vor allem gestern die live übertragene Anhörung wirklich hochinteressant war und einige wirklich gute Fragen mit dabei waren. Der Boeing-Chef wurde zwar auch einmal angeschrien, warum er denn jetzt nicht für umsonst für sein Unternehmen arbeitet und die Probleme löst. Aber es waren wie gesagt auch ein paar wirklich gute Fragen dabei. Da wurde an einigen sehr interessanten Stellen nochmal nachgebohrt, zum Beispiel um die Herkunft der Idee zu klären, die dann letztendlich dafür gesorgt hat, dass das MCAS aus den Handbüchern der 737 MAX verschwinden kann. So was zum Beispiel. Und damit jetzt nur mal kurz die Info. Ihr findet diese Anhörung in voller Länge auf YouTube. Wenn ihr euch für das Thema MCAS, 737 MAX und so interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei, weil da werden nochmal ein paar interessante Punkte besprochen. Ab und zu war gestern bei der Anhörung auch dieses Flugzeug hier ein Thema. Und das ist erst einmal eine Boeing 767, allerdings unterscheidet sich diese Version schon recht deutlich von der 1981 erstmals geflogenen Boeing 767-200. Die Boeing 767 ist eines der kleinsten Widebody-Langstreckenflugzeuge der Welt. Wenn ich mich nicht täusche, dann müsste die 767-200 sogar das kleinste Widebody-Langstreckenflugzeug der Welt sein und Gewicht und maximal mögliche Kapazität in Form von Sitzplätzen ist bei diesem Flugzeug recht überschaubar. So wiegt eine leere Boeing 767-200 tatsächlich nur knapp 80 Tonnen, was wirklich nicht viel ist für ein Widebody-Langstreckenflugzeug und die 767-200 ist tatsächlich mit 48,5 Metern auch nur gut 4 Meter länger als ein Airbus A321. Tja, und von den Leistungsdaten war das Flugzeug aber von Anfang an recht üppig ausgestattet und gerade als 767-200ER für Extended Range konnte das Flugzeug dann wirklich was reißen. Fast das Gewicht, das das Flugzeug leer wiegt, kann die Maschine in der ER-Version nochmal in Form von Treibstoff in den Tragflächen und im Rumpf unterbringen. Und zusammen mit den sehr leistungsstarken Pratt & Whitney PW 4000 irgendwas Triebwerken, die in vierfacher Ausführung auch unter der Boeing 747-400 verwendet werden und mit über 270 Kilo Newton ausreichend Schub liefern für dieses Flugzeug, waren dann in der ER-Version Reichweiten von über 12.000 Kilometern möglich. Diesen Gedankengang jetzt nochmal kurz ein kleines Stück weiter gehen, vergleichsweise wenig Sitze, also ein nicht so voluminöser Rumpf, dafür aber ziemlich viele große Tanks und verdammt viel Leistung für ein solches Flugzeug. Dazu zwei Triebwerke, eine effiziente Maschine. Ich glaube, es ist logisch, warum man aus der 767-200 jetzt doch nochmal einen Tanker machen könnte. Seit den späten 1950er Jahren baut der amerikanische Flugzeughersteller auf Basis des damaligen 707-Prototypen, also auf Basis der Boeing 367. Die ist tatsächlich so, und ja, das ist das Flugzeug, mit dem der damalige Testpilot zwei Fassrollen über San Francisco hingelegt hat. Naja, auf jeden Fall, auf dieser Basis baute Boeing damals ein Transport- und Tankflugzeug. Und diese Maschine ist in verschiedensten Varianten überall auf der Welt bis heute im Einsatz. Als KC-135 ist sie in den Vereinigten Staaten aber massig im Einsatz. Das Ding wurde weltweit über 800 Mal produziert und ausgeliefert, und in den USA fliegen einige hundert Stück davon. Die zuverlässigen, aber auch ganz einfach alten und damit tatsächlich auch recht teuren Flugzeuge wurden über die Jahre bei der US Air Force immer und immer wieder nicht auf den neuesten, aber auf einen vergleichsweise modernen Stand gebracht. Haben neue Avionic erhalten, haben neue Systeme, aktuelle Systeme erhalten und irgendwann dann auch mal neue Triebwerke. Heute ist das also eine leicht eingekürzte Militärvariante der Boeing 707 mit CFM-56 Triebwerken von der Boeing 737. Ist aber auch ganz egal, das ist ja heute nicht das Thema. Wichtig ist auf jeden Fall, das Flugzeug ist alt, ist teuer und vor allem mittlerweile extrem wartungsintensiv. Tja, und deswegen musste sich die US Air Force bereits kurz vor der Jahrtausendwende, also vor mittlerweile gut 20 Jahren, um einen Ersatz für diese Flugzeuge bemühen. Und jetzt wird es ein kleines bisschen kompliziert. Man könnte höchstwahrscheinlich 12 Videos drüber machen, aber ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Boeing stach Airbus in diesem Wettbewerb natürlich mit Leichtigkeit aus, denn sie haben viel mehr Erfahrung, bauen robuste, solide Flugzeuge, die einfacher funktionieren, aber dadurch auch eben weniger komplex sind. Für einen militärischen Transporter ist das ja auch erstmal alles sinnvoll. Und der wichtigste Punkt, der aber auch tatsächlich ganz gut nachvollziehbar ist, die Piloten eines Boeing-Transportflugzeuges werden nicht durch eine Fly-by-Wire-Steuerung in irgendeiner Form eingegrenzt. Also die Computersysteme, die in einer Boeing 767 beispielsweise sind, können auf jeden Fall zu jedem Zeitpunkt vom Piloten overruled werden. Der Computer gibt dem Flugzeug keinen Rahmen vor, in dem es sich bewegen muss. Und das will man bei Flugzeugen im harten Militäreinsatz vielleicht auch gar nicht unbedingt haben. So, und deswegen war die Boeing 767 definitiv der beste Ersatz für die KC-135 der US Air Force. Das glaubte man. Bezweifelte man dann ein wenig. Also dachte man sich, die Vereinigten Staaten leasen jetzt erstmal ein paar Flugzeuge bei Boeing für die US Air Force. Was man sonst eigentlich nicht so macht. Aber mit Leasing kann man halt erstmal nicht so viel falsch machen. Und vielleicht schauen wir dann doch nochmal bei Airbus vorbei, weil die Leistungswerte, die die angeben, sind schon auch nicht schlecht. Dann gab es noch ein bisschen Korruption und ein paar Leute mussten ins Gefängnis. Und ohne jetzt weiter ins Detail gehen zu müssen, verbockte man den zeitigen Vertragsabschluss. Und während Boeing bereits damit begann, die KC-767 zu entwickeln, wurde der ganze Deal mit der Air Force erstmal gecancelt. Aber für wen baut man das Flugzeug denn dann jetzt? Denn der mit Abstand größte Abnehmer wäre ja definitiv die US Air Force gewesen. Tatsächlich baute man das Flugzeug jetzt für Italien und für Japan. Denn diese beiden Länder bzw. die entsprechenden Regierungen hatten kurz vorher in den Jahren 2002 und 2003 entsprechende Verträge für den 767 Tanker mit Boeing abgeschlossen. Zur gleichen Zeit brachte Airbus dann den A310 als Tankflugzeug. Ähnliche Gründe wie auch bei Boeing. Man hat auch hier ein kurzes, nicht sonderlich voluminöses, aber eben recht leistungsfähiges Langstreckenflugzeug. Und das nennt sich bei Airbus dann Multi-Role Transport Tanker, kurz MRTT. Tja, und wer fliegt das Flugzeug? Wir. Die deutsche Luftwaffe. Und mehr auch nicht. Gebaut wurden von dieser Version lediglich sechs Stück. Das ist nicht wirklich viel, aber der ursprüngliche 767 Tanker, den man in der gleichen Zeit in Amerika zusammenwerkelte, der war aufgrund der Absage der US Air Force jetzt ja nicht wirklich viel erfolgreicher. Davon baute man nur elf Stück. Vier davon hat man nach Italien geliefert, vier davon nach Japan. Das alles in den Jahren 2008 bis 2011. Ihr merkt schon, da fehlen zwischendrin irgendwie ein paar Jahre, weil das alles einfach sehr viel länger gedauert hat, als man das ursprünglich mal geplant hatte. Dann gab es nochmal zwei weitere Umbauten, eine für Israel, eine für Kolumbien. Und dann gab es jetzt noch eine weitere Maschine, allerdings auf Basis der 767 300 ER. Das Ding hat man dann nach Brasilien geliefert. Tja, ist ja aber auch vollkommen egal, spielt eigentlich gar keine Rolle. Das war natürlich nicht annähernd das, was man von diesem Flugzeug erwartet hatte. Aber die US Air Force brauchte ja einen Ersatz oder braucht einen Ersatz für die HC-135. Und es dauerte tatsächlich bis ins Jahr 2007. Dann führte man wieder detaillierte Gespräche mit dem Flugzeugbauer, ob man da eventuell doch nochmal ein bisschen was machen könnte. Von da an wurden Gespräche geführt über eine speziell für die US Air Force bestimmte Variante, der eben besprochenen KC 767, die man ja jetzt schon fertig entwickelt hatte. Tja, und diese spezielle Version sah folgendermaßen aus. Man nimmt den Rumpf der 767 200 ER, nimmt dazu aber das Fahrwerk und die Tragflächen, sowie den Kabinenboden und die Cargotür von der 767 300 in der Frachtversion und dann natürlich noch die moderne Avionic der 767 400 ER und selbstverständlich all das, was man an modernem Schnickschnack für ein Betankungsflugzeug so kriegen kann. Das klingt erst einmal nach einem ganz lustigen Vorhaben, ist aber wahrscheinlich ein ganzes Stück komplexer und komplizierter, als das, was man da in den letzten Jahren für Italien und für Japan zusammengebaut hatte. Aber gut, nach ewig langen Verhandlungen, einem erneuten Schritt in Richtung Airbus, diesmal sogar einem ziemlich großen Schritt in Richtung Airbus und nach wahrscheinlich sehr vielen Telefonaten, von denen wir echt gar nicht wissen möchten, worum es da ging, wurde dann im Jahr 2011 das Ganze unter dem Oberbegriff New Generation Tanker von Boeing zusammengefasst. Das dann sogar mit Boeing 787 Cockpit und man beschloss dann, bis 2028 bekommt die US Air Force von diesem wundervollen Flugzeug 179 Stück. Und das ist dann der erste Schritt im Ersetzungsprozess der KC-135. Der erste von drei Schritten. Und wenn die nächsten beiden Schritte auch nur halb so kompliziert werden, wie das, was wir eben besprochen haben, dann wird das noch ziemlich lustig. Die US Air Force, das nur mal so nebenbei, weil ich es eben gelesen habe, aber die US Air Force plant mit der KC-135 zum aktuellen Zeitpunkt bis ins Jahr 2043. Dann wären die Dinger knapp 80 Jahre im Einsatz. Soll wohl funktionieren. Was dabei vielleicht nicht so ganz klar ist, entwickelt wird hier ein nahezu komplett eigenes und neues Flugzeug. Also man baut hier nicht einfach mal eben so eine 767 um, sondern hier werden neue 767 gebaut und die Innereien, die die Flugzeuge dann haben, das hat nicht mehr wirklich viel mit der damaligen 767-200 zu tun. Deswegen Entwicklungskosten von über 5 Milliarden Dollar. Man braucht vier Testflugzeuge und der Erstflug fand dann statt im Jahr 2014. Danach könnte man sicherlich nochmal Drollf-Videos über Designfehler bei der KC-46 machen, bei dieser speziellen Version der Boeing 767. Aber auch das lassen wir jetzt einfach mal links liegen und enden dann bei dem Erstflug einer voll ausgestatteten KC-46 im September 2015. Und das erste Mal betankt hat eine KC-46 im Januar 2016. Knapp drei Jahre zu spät. Ausgeliefert wurde das erste Flugzeug vom Typ KC-46 dann an die US Air Force tatsächlich erst in diesem Jahr und zwar im Januar 2019. Und bis heute haben die Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten auch erst knapp 25 Maschinen erhalten. Das Ganze bis jetzt immer und immer wieder mit Problemen. Mal mit Hardware-Problemen, mal mit Software-Problemen und mal mit ganz dummen Problemen. Und zwar irgendwelchen vergessenen Werkzeugen in abgeschlossenen Lupen des Flugzeuges. Da man vor Jahren einen Festpreis verhandelt hat, sind das alles Probleme, die vor allem bei Boeing als teure Rechnung wieder ankommen. Aber gut, da scheint man ja sowieso massig Geld überzuhaben. Gut, und dann mit dieser ganzen 737 Max-Problematik entstand eine riesige Diskussion über die Steuerung der KC-46 und um das dazugehörige Training. Denn auch dieses Flugzeug fliegt mit einem sogenannten MKS. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt als ausgereifteste Software bekannt. Aber gut, Grund dafür, dass die KC-46 mit diesem MKS ausgestattet ist, das ist die Ausstattung des Flugzeuges und die Systeme der Maschine. Denn die KC-46 kann als Tankflugzeug bei der US Air Force mit 96 Tonnen Treibstoffkapazität nochmal gut 20 Tonnen mehr Treibstoff mitnehmen als die eigentliche 767-200ER. Dazu hat das Flugzeug in der Ausstattung, wie es bei der US Air Force unterwegs ist, also als KC-46 unter den Tragflächen zwei so Pots hängen. Einmal links und einmal rechts. Und diese Dinger beherbergen die in Anführungszeichen klassischen Luftbetankungsvorrichtungen mit Fangtrichter. Und das sorgt dann im Zusammenspiel miteinander dafür, dass die Flugeigenschaften der KC-46 ganz einfach nicht so gutmütig sind wie die des zivilen Bruders. Das heißt, die Grenze zum Strömungsabriss kann bei der KC-46 etwas früher erreicht werden. Also wurde hier ein MKS eingebaut. Und das gilt übrigens für alle Varianten der KC-767, also nicht nur für die KC-46, sondern für alle 767 Tankflugzeuge, die man über die ganzen Jahre produziert hat. Die haben alle ein MKS. Und das ist hier bei diesem Flugzeug eben besonders dann interessant, wenn der Schwerpunkt der Maschine in vergleichsweise kurzen Zeiträumen bei vergleichsweise niedrigen Fluggeschwindigkeiten verändert wird. Und das ist eben beim Betanken der Fall. Dafür nutzt das System dann die Daten beider verfügbaren Angle-of-Attack-Sensoren, beider Anstellwinkel-Sensoren, also des Sensors auf der Kapitänsseite und des Sensors auf der Co-Pilotenseite. Und vergleicht diese Werte miteinander. Und wenn sie dann übereinstimmen, kann das MKS agieren. Wenn der Anstellwinkel zu hoch ist, wird dann also die Nase des Flugzeuges, man könnte sagen, leicht angedrückt. Das ist eine ähnliche Funktion wie ein Stick-Pusher, wie er beispielsweise in der Dash 8 verbaut ist. Wenn dieses Flugzeug stalled, dann wird quasi das Steuerhorn vom Flugzeug automatisch nach vorne gedrückt, um die Nase des Flugzeuges abzusenken und damit den Angle-of-Attack zu verringern. Das funktioniert beim MKS in der KC-46 ganz ähnlich, nur eben sehr viel früher und sehr viel weniger vehement. Ihr könnt euch das tatsächlich so vorstellen, wenn der Anstellwinkel der KC-46 einfach etwas hoch wird, eine bestimmte Grenze überschreitet, dann wird die Nase des Flugzeuges ganz leicht angedrückt. Und das halt eben nur so zur Sicherheit. Und jetzt müsst ihr auch wissen, dass wenn der Pilot dann doch irgendwelche Anstalten macht, dagegen anzuarbeiten, die Nase des Flugzeuges doch wieder hochhalten zu wollen, das Steuerhorn an sich heranzieht, dann stoppt das MKS sofort in der KC-46. Denn, ganz wichtig, wenn ein ausgebildeter Militärpilot seine verdammt coole Militärmaschine stallen will, dann muss er das auch tatsächlich machen können. Aber wenn ein Zivilpilot seine 737 Max stallen will, dann darf er das auf gar keinen Fall und dann fliegt er lieber unangespitzt in den Boden. So viel dazu. Man merkt irgendwie einfach, wenn man über dieses KC-46-System nachdenkt, dass das da irgendwie Sinn macht. Und dass man das MKS in der 737 Max eingebaut hat, ohne sehr, sehr viel darüber nachzudenken, beziehungsweise alle Eventualitäten abzuklären. Man hat es halt eingebaut. Tja, und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen und tschüss. Bis morgen.